Da ist er wieder, der Roya Silla, hallo! Ich begrüße euch zu Domina und ich packe Varius, der 200 Typ, das erste Mal kämpfe ich mit dem und Antonius, der hat ja schon ein paar Kämpfe gewonnen, die packe ich jetzt in Zweierkampf. Er sieht schon geil aus, aber ich weiß nicht, ob es das bringt, das ist die Frage. 193, 200, ja, der hat auch nicht so viel Leben. Naja, ich weiß es nicht. Ich wollte diese Staffel, in Klammern, kämpfen ohne selbst einzugreifen, also ich lasse immer nur den Computer daran. Dreht euch um! Ja, ja. Geil! Geil, geil, geil! Puh, das war wichtig, das war wichtig mit dem Wasser. 122 Wasser. Hallo, tschüssi! Vielleicht baue ich die, vielleicht baue ich die selber mal mit dem Netz. Moment. Ähm... Ja, hier. Der kriegt den, dass er kein Wasser braucht. Gut. Äh... Ja, seid ihr... Achso, Auto Heal ist noch nicht erforscht, ne? Ne, der ist noch dabei. Oh, 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 Heal, unbedingt. Heal, Heal, Heal. Und dann gucken wir mal, ob ich hier schon... Nein. Ja, das ist die Frage. Aber die kann ich gar nicht mehr upgraden. Und kriegt da ein geiles Schild. Der sieht cool aus, der Junge, der sieht cool aus. Hat jetzt auch, wenn er voll hat, 352 Leben, da seht ihr schön die Schulterbeschützer, dass die den Kopf so, äh, schützen. Da sind sie ja da. Net Defense. Oh, HP! Regeneration. Das mache ich mal. Und dann muss ich aber auf das Disarming gehen. Junge. Ach so, kann er noch nicht. Er kann wieder. Kannst auch wieder. Immer trainieren, trainieren, trainieren. Äh? Oh, Water. Ah, nicht Water. Ach, deswegen habe ich so wenig Wasser. Ja, ist nicht schlimm. Ich kriege ja genug von dem Futter. Und, ähm... Ich werde... Jetzt erstmal ein bisschen was kämpfen. Und dann den letzten... Äh... Die letzte Aufwertung machen. Das ging zum Glück schnell. Das war recht teuer. Ich brauche mal ein paar Blessings eigentlich. Painkillers. Ja, ist es schon. Gut. Ich weiß noch nicht, warum der für ein Improved Furnace Wein braucht. Aber... Kann man ja mal machen. Ähm... Bei... Och, das ist ja eine Menge. Aber wenn man verliert, ist das auch schnell weg. Also... Da braucht man sich nicht vertun. Habe ich jetzt eine Möglichkeit aufzuwerten? Nein. Hier bin ich schon full. Da bin ich noch nicht full. Da bin ich auch schon full. Na, das mache ich jetzt aber nicht. Zwei Tage noch. Es reicht wahrscheinlich nicht mehr. Hier mit dem Scheiß. Ähm... Empfehler... Magistrate... Die haben... Perverse Augen... Äh... Die wollen hier so Slavenmädchen... ...durchnehmen. Ähm... Ja, die können sich da teilen. Boah, ey. Agreed. Agreed. Ich weiß das. Meine Wisdom ist einfach krass. So. Der... Ich... Bin mir nicht sicher. Leute, wenn ihr das wisst, schreibt es mir bitte drunter. Ich habe jetzt hier die... Klasse mit dem Zweihänder. Der hat 253 Leben. Ist nicht wenig. Gibt es eine Klasse, die besser ist? Dafür? Weil ich würde ihn jetzt... Kämpfen lassen. Weil einfach, weil er viel mehr Leben hat. Der andere hat nicht mal 200. Er ist ein Baby in der Arena. Jawoll. Ich sag mal so. Mein Antonius hat nicht wirklich was abgekriegt. Ich habe da einer zugekriegt. Wo ist denn der Knaller? So, jetzt hier aber... Critical Storm... Wow! What? Attack Damage up to 1000. Okay. Das ist aber natürlich... Machen wir erstmal das extra Jupiter Blessing. Close. Moment mal. Wo sind denn... Wieso hat der denn... Wo ist der Knaller? Der die eine Karte hatte, dass kein Wasser benötigt wird. Ich finde es ein bisschen dreist. Ich kaufe mal ein bisschen Wein. Äh... So. So. Dann haben wir nämlich hier... Maximale an Essen. Das heißt, wir haben immer eine Möglichkeit... Das zu tauschen. Also das zu verkaufen und dafür andere Sachen zu kaufen. Was sehr wichtig ist. Äh... Zack. Ähm... Train. Wieso hat der denn... Wieso? Wieso hat der denn nur so wenig Leben? Das gefällt mir nicht. So. Hier ist aber Waytraining. Ja, das wird nicht mehr ganz hinkommen. 162... Ja komm. Ja, wir geben ihm nochmal... Nein! Das war nicht schlau. So, jetzt habe ich ein bisschen was auf eine Karte gesetzt. Ich habe nämlich kein Geld mehr. Nothing. Ja gut, ein bisschen. Und ich habe noch 263 Tage left. Ich muss mal gucken, dass ich vielleicht an Tag 200 mal in so eine Arena gehe. So richtig... Äh... Spacki. Ne? Richtig hier Schmackes. Ja komm, du kannst auch trainieren. Was sollst du sonst tun? Wofür bezahle ich dich? So. Uh, das habe ich mir gedacht. Scheiße. Du musst es schaffen einfach. Du musst es schaffen. Er ist langsam mit der Zweihandwaffe. Da muss man nur sagen. Boah, hat er den... Wie geil sind die? Also der eine hat sein Schwert verloren. Hier. Und hat das wieder aufgenommen. Ah, da seht ihr. Und hat es wieder aufgenommen. Und der andere hat aufgegeben. Er hat einfach aufgegeben. Wie geil. Komm, du trainierst. Und er ist der Schwächste von allen eigentlich. Hat noch nicht so viele, äh, Pommes. Hm. Ach, ich nehme den. Ich nehme den Legat. Den habe ich sowieso schon ein bisschen höher. Von daher. Critical Strike. Nee. Ja, Attack Speed. Ist ja wohl ganz logen, oder? Brauch auch nicht mehr hier. Brauch keiner heilen. What? Thirsty? Shit. Es soll hier bitte... Keiner... Äh, durstig sein. Das geht nicht. Der Faber... Baut Schilde. Und, äh, ja... Ich würde sagen, ich gehe mit ihm hier... Wieso kann ich... Aber das Schild gab es vorher nicht, ne? Das gibt es immer noch nicht. Das gibt es immer noch nicht. Das gibt es immer noch nicht. Okay. Ah, es ist auch wieder gewagt. Ich weiß das. Aber 535 Leben. Er sollte eigentlich... Alles glatt gehen. Ich habe halt ein bisschen... Oh. Weapon Armour, Shield, Orlus. Oh. Krasse Sache. Krass. Ja, der muss sie ja reparieren, ne? Na. Acht Tage noch. Attack Shuffle. Rolling Attack. Ne, das will ich nicht, dass der einfach aufgibt. Ah, ne. Das ist mir jetzt zu teuer. Machen wir mal nicht. Hm. Ja. Erstmal Safety First. So, du hast immer noch nicht so viel an Leben. Das gefällt mir eigentlich nicht. Aber der ist ja... Hat der nicht alles? Ja. Bin durch. Bin durch. Äh, 1480 jetzt. Ich verkaufe jetzt mal aus Spaß. Ja. Machen wir mal bis 1000, ne? Ist jetzt nicht viel. Aber immerhin. So. Ich bin eigentlich recht zufrieden. Das wichtigste ist einfach, dass meine... starken Gladiatoren... Äh, so häufig kämpfen können wie möglich. Weil... Ich den hier voll geboostet habe. Und ähm... Es können halt... Die... Die Verletzungen heilen halt sofort wieder. Ich habe Angst, ihn kämpfen zu lassen. Muss ich... Muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen... Geht wieder der Antonius drin. Wir werden sehen. Ich glaube, mein Antonius ist schneller als er. Und von ein Schild hat. Achtung mal drauf. Ja. Das waren drei schnelle Schläge, glaube ich. Ja. Hi. Ich bin Alektus. Tschüss Alektus. Oder? Ich zähle den. Ich will einen von der Netzklasse auch so kriegen. Oh. Ja. Ja. Ich weiß. Ich bin halt so. Ähm. Das sind so billige Sachen, die einen aber gut weiterbringen, würde ich sagen. Und dem habe ich jetzt noch nichts gekauft. Der braucht auch nichts. Ich würde probieren, erstmal ihn komplett voll zu machen. Ähm. Zack. Uh. Red Dragons Manual. Was ist das denn? Geil. 580 Leben, sag ich nur. Und ich habe schon wieder, ich habe eben bis auf 1030 oder so verkauft. Okay. Ich sage bei 200. Wow. Bei 200 gehen wir halt in diese Map of Games rein. Bis dahin möchte ich aber von jeder Klasse einen haben. Und, äh. Jo. Ich sage mal, ich springe vor bis zum, Moment. Bis zum nächsten Kampf, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja. Grip ist auch noch gut, damit wir die Waffe nicht so verlieren. Ähm. Ich springe jetzt bis zum nächsten Kampf. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Lasst einen Daumen nach oben. Da für Domina und für mich. Ich danke. Und wenn ihr Tipps habt, lasst sie in den Kommentaren. Da würde ich mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Was ist Matter Lopez. Tschüssi. So. Okay. Detaut euch mal daraufhin.